Tag für Tag nehmen wir uns Auszeiten, um Sport zu treiben oder unsere körperliche Gesundheit zu pflegen. Aber was ist mit unserem kreativen Geist? Mit meinem Buch Dein kreatives Jahr wirst du dazu ermutigt, täglich nur ein paar Minuten für deine Kreativität zu reservieren. In der Übung Visuelles Brainstorming geht es darum, eine inhaltliche Assoziationskette zum Thema Apfel zu gestalten. Du sollst also fünf Minuten lang so viele Begriffe zeichnen, die dir beim Gedanken an einen Apfel kommen. Dabei geht es nicht um die perfekten Zeichnungen, sondern einfach nur um deine Ideen. Könnt ihr denn meine Begriffe alle erkennen? Dieses Buch ist also wie ein kreativer Wecker, der dich jeden Tag daran erinnert, dass du wieder mehr Fabeln in dein Leben bringen sollst. Also lass dich von den abwechslungsreichen und wirkungsvollen Übungen inspirieren und starte noch heute dein kreatives Jahr. Den Link zum Buch findest du in den Kommentaren.